Die Prinzipien des Transurfing 14. Tag Selbstliebe Lektion Wenn Sie sich selbst nicht lieben, wird dies auch niemand anders tun. Außerdem werden Sie dann niemals glücklich sein. Jeder Konflikt zwischen Seele und Verstand färbt negativ auf Ihr Äußeres und auf Ihren Charakter ab. Als Folge davon wird Ihre Weltschicht immer finstere Töne annehmen. Zuallererst müssen Sie sich daher selbst lieben. Erst dann sollten Sie die Vorzüge anderer beachten. Sie müssen eine Tatsache verstehen. Die Pendel zwingen Sie, sich von Ihrer Seele abzuwenden und der Regel zu folgen. Sie sind besser als Du. Folge daher Ihrem Beispiel und mach es wie Sie. Füge Dich dem System, sei ein Rädchen im Getriebe. In Wahrheit jedoch sind Sie einzigartig. Wenden Sie sich Ihrem Ich zu. Akzeptieren Sie sich, wie Sie sind. Nehmen Sie sich das Recht, Recht zu haben. Dann haben Sie einen Grund, stolz zu sein und sich selbst zu respektieren. Erläuterung. Wer damit beschäftigt ist, fremde Normen zu befolgen, dem wird es schwer fallen, sich einfach selbst zu akzeptieren und zu lieben. Wie kann ich mich lieben, wenn ich mich gar nicht mag? Das ist ein reines Überschusspotenzial. Geboren aus übersteigerter, interner und externer Wichtigname. Die externe Wichtigname besteht darin, dass ich mir den von irgendjemandem gesetzten Maßstab als das Maß aller Dinge vorstelle. Bewerte ich solche fremden Wertvorstellungen nicht allzu hoch? Die interne Wichtigname besteht darin, dass ich mich zwinge, den fremden Normen zu folgen. Wer hat denn gesagt, ich sei schlechter als die anderen? Fällt meine Selbsteinschätzung hier nicht allzu negativ aus? Um sich selbst lieben zu lernen, müssen Sie die externe Wichtigname beseitigen und aufhören, ein Idol anzubeten. Wer hindert Sie daran, eigene Normen zu schaffen? Sollen doch andere Ihren Normen folgen? Reduzieren Sie Ihre interne Wichtigname und machen Sie sich frei. Gönnen Sie sich den Luxus, Mängel zu haben und richten Sie Ihre Aufmerksamkeit auf Ihre Vorteile.